Musik Äh, wa? Oh man, jetzt muss ich mich wieder einloggen. Scheiße! BEEP The fuck? Was suchst du hinter mir? Warum frischst du hinter mir eine Melone? Schmeckt es besser, wenn du vor meinem Hintern stehst, während ich gerade hier furze und du das dann einatmest? Äh, ja. Das nehme ich dann wohl als Ja. Jo, mein Freund hier musste mal wieder stumm machen, weil im Hintergrund sehr laute Geräusche vorkommen, ne? Ist ja aber nicht so schlimm. Ja, natürlich. Für ein Lagerhaus sieht das doch immer geil aus, ne? Also ich habe gedacht, das wäre Das schreibt sogar Jo und weiß nicht mal, was du laberst. Achso, okay. Äh, ja. Also am Anfang habe ich jetzt wirklich gedacht, dass das die Burg sein soll, aber naja, normalerweise kenne ich dich ja, dass du ziemlich viel und sehr groß baust, aber das habe ich jetzt wohl wieder vergessen und kommen jetzt in diesen, in diese riesige Villa, äh, Hütte, äh, was glaube ich da? Kisten rein oder was? Also nur Kisten, die überall Kisten hinbauen und was weiß ich. Oder wie machst du das jetzt? Kommt hier vielleicht noch in den Keller rein? Sehr viele Fragen, die noch beantwortet werden müssen. Aha, gut. Ja, genau. Sehr schön platziert. Kotz die ganze Truhe aus, äh, die ganzen Truhen aus. Kotz sie. Okay. Okay. Äh, gehören die jetzt wirklich so hin? Ach, komm, hör auf, scheiße zu bauen. Du Jocke. So. Was? LWC-Protections are not allowed in this Re, äh, äh, Region. Ja. Genau. Was soll das bedeuten? Was soll das bedeuten? Da kommt ständig diese, diese, dieser, dieser, äh, ja, diese Meldung. Was, was heißt das? Ignore. Okay. Halt mal, warte. Du Pizzer, hör auf mich zu trollen. Troll mich da bei der Arbeit. Du Wichs, Alter. So ein Trollface, ey. Ja, mach alles kaputt. Damit ich alles wieder hinrichten muss. Aber weißt du, was ich hinrichten werde? Ich werde dich hinrichten. Aber war nur Spaß, ne? Nicht, dass das jetzt falsch, verstehe ich. So, wo kann man noch Truhen machen? Hier. Näh, das sieht scheiße aus. Das sieht scheiße, kacke, braun aus. Stinke, furz, kacke, braun, scheiße. So kann man die Truhen nicht öffnen. Das muss jeder Minecraft-Spieler wissen. Außer die Anfänger. Die wissen es wahrscheinlich noch nicht. Es gibt ja noch welche, die Minecraft nicht kennen und das gerade erst angefangen haben, oder? Rede ich zu viel? Soll ich damit aufhören? Ja, Babo. Hör auf zu rülpsen! Macht doch nur Spaß. Mach nicht gleich so ein Gesicht. Mach lieber... Mach lieber sowas, oder sowas. Dann ziehst du gleich viel happier aus. Okay. Also langsam, langsam reicht's. Langsam... Du gehst mir auf den Senkel! Nee, Spaß. Ja, ja, ich sag... Sehr oft, Spaß. Jetzt übertreib's mal nicht! Stell dir vor, es gäbe ein Smiley für Trollface und das halt, dass man das am PC eintippen kann. Ja, was ist denn? Was hast du für ein Problem? Na, was hast du für Sorgen? Nein! Denial! Nein! Nein! Sack! So, jetzt hab ich dich immer ein bisschen getroashed. Na 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 na... Epic Fail! Hat jemand zuvällig eine Apotheke dabei? Sneef... Na, ja. Mir geht's kacke. Kann ich vielleicht etwas machen oder so? Ich will nicht hier dumm rumstehen. Okay, ich verstehe, was du meinst. Ich soll hier das ganze Laub wegmachen. Oder? Ach, achso, okay. Ich soll Baum... Äh, ja. Fällen. Baum abschacken hier. So, hier der Tropenholz mitnehmen. Oder was das für ein Holz ist. Akazienholz. Ah, okay, warum soll das Tropenholz eigentlich denn? Äh. Gut. Ja, Mann. Meine Nase hört nicht auf zu fließen, ne. Halt's mal, du blöde Kuh. Beleidige mich nicht. Meine Fresse, nur weil ich krank bin. Hör auf zu schreiben und mach deine Arbeit. Äh. 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 Simses? Wo bist du? Ich hab Angst. Er ist verschwunden. Aber noch, noch da. Geil, jetzt hat sich ja voll verändert. Ah, jetzt... Du verrückter Junge. Was ist denn mit dir? Warum flippst du wieder auf? Ja, okay. Ja, sehr, sehr, sehr vielversprechend. Und aussagekräftig. Oha, was machst du hier? Und vor allem, wie soll ich das jetzt hier umsetzen? Ich will genau das gleiche machen. Aber wie du weißt, bin ich zu doof dafür. So, hier ist mein Cleanstone. Hab ich Cleanstone? Nein, ich erkenne Cleanstone. Toll. Oh, du dreckige Zombie. Verpiss dich hier. Musch off. Ja, egal. Ich kann hier die Aufnahme abbrechen. Because flaming wall. Okay. Halleluja. Ja, Juti, dann mach's gut. Noch einen schönen Abend. Und, äh, ich beende hier die Aufnahme und fang dann mal an zu schneiden, ne? Jo. Genau. Äh, ja. Das war, äh, ja, let's play together Minecraft mit meinem Freund. Hier mit meinem netten Freund. Äh, war eigentlich ziemlich lustig und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht beim Zuschauen. Und, äh, ja, Daumen hoch, wenn's euch gefallen hat, Daumen runter. Wenn nicht, ist ja wie immer eure Entscheidung. Ähm, äh, ja. Ja, für den Kommentar würde ich mich sehr freuen, also, sagt mir mal ein paar Verbesserungs, äh, Vorschläge. Je nachdem, was ihr, äh, halt, also, was ich verbessern soll, meine ich. Also, was an meinem Let's Play an sich verbessert werden soll oder was wir eben in Minecraft hier bauen sollen. Also, wir haben ja hier schon unser Lagerhaus gebaut, äh, weil wir ja noch eine Burg bauen werden. Und das ist ja gerade mal das erste, äh, ja, das erste Gebäude. Und, wie mein Freund gesagt hat, ähm, haben wir nicht mal ansatzweise angefangen. Also wird noch viel, werden noch viele Parts kommen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele der Parts das sein wird, weil ich werde das Ganze, äh, was ich aufgenommen habe, in sehr viele verschiedene Parts aufteilen. Das ist jetzt erst mal das Ende für, äh, ja, für jetzt. Also, für diese Rubrik hier, Let's Play Together Minecraft. Und, nun ja, dann verabschiede ich mich mal. Das war's von mir genug für heute. Wir sehen uns bald. Bis dann, ihr Leute. Ciao.